Servus und Hallo, das ist der Beat Feutz. Ich darf euch diese Saison mitnehmen mit ein paar Übungen für die Bezirksblätter fit in den Winter. Es freut mich natürlich und ich hoffe, es macht es bei den nächsten zwei Übungen jetzt brav mit und so bleibt es auf alle Fälle fit im Winter. Eine Übung für die Abduktoren, stabil auf ein Bein und das andere nach aussen. Das Ziel ist, dass man im Oberkörper stabil ist, nicht dass man irgendwie so mitrotiert, so mitrotiert, sondern wirklich stabil, ruhig und nach 15 Seitenwechsel. Die letzte Übung ist die Schwimmerübung. Bauchlage, die Füsse auf die Zehenspitzen, Oberkörper aufrichten, Kopf nach unten, Arme vor. Dann einfach die Schwimmbewegung. Dann alles erledigt und ab und der Dusche. Die Schwimmbewegung. 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 Vielen Dank.